Musik 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 Ja, Turm-Sechnisch Ich hab schon was abgerissen und bin das eine oder andere Mal abends gefahren, hat auch immer sehr viel Spaß gemacht. Und für so eine ATV, wo sie ganz ehrlich sagen, Spaß voll in Issel, sieht hier einigermaßen gut. Und dann lockt das das eine oder andere Mal. Gerade so ein Kreisverkehr, das einige andere sind ausprobiert. Aber bis jetzt war es so, auch weil ich viel rumgefahren bin, mal so eine Stelle zu finden, dass ich das eine oder andere Mal so ein bisschen filmen kann, das ist gar nicht so einfach. Natürlich gehen viele Leute spazieren. Ist ja auch gerade die Corona-Zeit. Und das will man ja auch nicht in der Öffentlichkeit sein. Alter, wo bin ich denn jetzt? Na ja, cool. Aber hier knallt sich jetzt nicht rum. Das hab ich jetzt auch gar nicht so vor. Das ist aber eine schöne Ecke. Echt. Da muss ich nochmal merken. Dann können wir gut mal hinfangen. Ja, und dann probieren wir ja hier und da so ein bisschen was. Und auch so wie jetzt. Das ist einfach nur ein Testen. Und auch bisschen planlos. Das Thema hier habe ich jetzt nicht. Ich muss noch mal gucken, wie das alles hier so funktioniert. Denn ehrlich gesagt, wenn man da vollen Respekt, wie ihr da so sieht. Ja, das soll ich immer so machen. Einfach ist das alles nicht. Das sind die Filme und ja. Und ich muss noch zugeben, ich hab ja mal so ein Mikro geschaut. Und ich muss einen scheiter Dampfer dafür haben. Das ist auch noch ein Unterschied, ob ich jetzt das hier mal so mache. Oder einfach eine Kilometer-Geschichte. Aber das ist dann auch viel und auch spontan. Dann muss ich auch noch mal lernen, ein bisschen Planung der Heizkraft. Wow. Ja, wozu kribbelt das noch? Habe ich auch gar getan. Junge, 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 Junge. Aber würde mich mal interessieren, was so ein Ding mit so einem Kipppunkt ist, was man hier lernen kann und was nicht. Da habe ich noch gar keine Ahnung von. Aber egal. So, ich fahre mal weiter runter. Ja, ich gucke hier einfach mal. Ich sehe ja keinem was Böses. Ich schicke ja auch nirgends, was man nicht darf. Ich hätte aber nicht immer geliebt. Ich liebe das immer noch. Da hinzufahren, wo nicht jeder hinfährt. Dann Fotografie eigentlich haben wir noch ganz gerne. Film ist, gucke ich jetzt mal gucken, wie wir ja auch schon gesagt haben. Mit dem Videoshift gucken und mit dem ganzen Fahrrad, wo sowas mal klar kann. Das ist immer so, ne, wir haben halt eine extra für mich. Geil, Achtung, 10 kmh. Ja, wo komme ich da denn raus? Das ist schon immer eigentlich ganz cool. Ich will ja auch keinen nerven. Ich will ja auch nichts kaputt machen, kaputt jagen oder sowas. Ich weiß noch nicht, ob es da Vorurteile gibt. Ich hoffe nicht. Dann fahre ich da auch gerne mal und gucke da einfach. Und dann guckt man halt mit so einem Teil ganz gut von A nach B. Denk ich nur so auch. Zumal ich ja so sagen muss, dass was ich jetzt an Strecke gefahren bin, ist schon geil. Doch. Ja, leider hat ich jetzt mit der Kamera, da war das nicht dabei. Ich hatte ja auch nicht die Möglichkeit, oder hatte da auch nicht die Möglichkeit, sie mitzunehmen. Wo bist du dann so? Weil so wie jetzt auch, ne, ich hab da einen Tee mit, packe mich dann irgendwo hin. Ja, da hast du da zu viel Rehe. Die hinten über den Land laufen. Ich finde sowas herrlich. Guck mal dann so ein bisschen zu. Lass sie das so ausfressen und man genießt das so ein bisschen. Also ich zumindest. Bin echt mal gespannt, wo ich rauskomme. Ah, ich habe eine Vorordnung. Alles klar. Da gibt es die Bündnisstraße. Soll ich mal wieder mal runter. Oh, ich glaube, das funktioniert eigentlich ganz gut. Das erste. Überhaupt mal so die alten Dinger mal wieder rauszubrauchen. Oh, die wollen wir mal. Gibt zwar keine Berge, abgesehen so die gleichen. Aber... Guck mal da auch raus. Irgendwie schon geil, mein Sohn. Naja, okay. Das sind keine Ferienhäuser. Aber... Weil er so ein Hittchen hat. Keine Ahnung, wo wegkommt. Naja, aber nichts zu normalen Stärken. Mal schauen. Guck mal da. Da sehe ich gerade, dass wir irgendwo fast das erste Zeug mit fahren. Ist schon mal ein leckerer Zunde. So, hier nochmal gucken. Bei mir ist das ganz lustig. Ich muss noch mal gucken, wo ich jetzt runterfahre, die Idee habe ich. Ja. 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 Ja.